Die schön bewachsene Fassade eines Gebäudes in Plitzhausen. Dahinter lebt und wirkt ein schwäbisches Original alter Schule. Ich bin der Karl Zimmermann, geboren 1939. Seit meiner Schulzeit übe ich den Beruf des Schmiedes aus und zwar mit Leib und Seele. Zur Standardausrüstung seiner Werkstatt gehören wie von Alters her Essel mit Feuerschüssel und Gebläse, zahlreiche Werkzeuge eigener Fertigung und natürlich Hammer und Amboss. Heute hat der Hausherr vor, aus kohlenstoffarmem Stahl eine Rose zu schmieden. Ob sich die Stange eignet, erkennt er am Klang und dem Funkenflug am Bandschleifgerät. Es wird ernst, denn der Meister hat den Lederschurz angelegt, der ihn vor Hitze und Splittern schützt. Jetzt kommt die Zeit des Wattens, bis das Heißen klingt. Der Krafthammer erleichtert die schwere körperliche Arbeit doch wesentlich. Wenn der Vater Unterstützung braucht, ruft er auf traditionelle Art seinen Sohn zu Hilfe. Der schwingt den Vorschlaghammer und spaltet ab, was nicht gebraucht wird. Beim nächsten Arbeitsgang stauchen die beiden Schmiedemeister einen Kopf ans Werkstück. Wieder geht's ins Feuer und dann schaffen Hammer und Spaltmeißel eine bis zum Kern verlaufende ringförmige Nut. Nun erfolgt das Ausziehen des Materials, wie es in der Fachsprache heißt. Dabei entstehen zwei flache Scheiben, die so aufeinander kleben, dass sie Hammer und Meißel wieder auf Distanz bringen müssen. Bekanntlich lässt sich das Eisen nur schmieden, solange es heiß ist. Solange es glüht, sagt Paul Zimmermann und beginnt mit der oberen Rosette. Nach jeder Wärmebehandlung geht es mit der Formgebung weiter voran. Bei Halbzeit wechselt der Schmied den Arbeitsplatz und tauscht die Feuerschüssel gegen den Schweißbrenner. Immer wieder erstaunlich, mit welcher Kraft und mit welcher Präzision die Hammerschwäge fallen. Glühen und Schmieden wechseln sich so lange ab, bis das Ergebnis den Vorstellungen entspricht. So wird ein Blatt nach dem anderen ausgeschmiedet, gewölbt und an das andere gereiht. Mit dem unteren Blütenkranz verfährt der Schmied auf gleiche Weise. Wo die Blätter praktisch angewachsen sind, muss immer warm bleiben. Sonst fallen die ab. So geht das immer weiter. Ein Arbeitsgang nach dem anderen. Als nächstes schafft der Schweißbrenner die Voraussetzungen, um die sogenannten Kelchblätter vom Stängel abspalten zu können. In Natura umhüllen diese die Knospen, ehe sie aufbrechen. Musik Noch einmal geht es unter den Krafthammer um den Stiel. Eine schmale Tauchbad kühlt das Werkstück so weit ab, dass es sich auch ohne Zange handhaben lässt. Musik Einige Korrekturen am Äußeren, dann kommt ein letztes Hilfsmittel zum Einsatz. Musik Die Bronzebürste entfernt den Zunder und bringt gleichzeitig einen goldenen Schimmer auf die Blütenblätter. Wenig später bemerkt dann Meister Zimmermann in seiner ureigenen, bescheidenen Art. Das ist sie also, meine letzte Rose. Und ich finde, sie ist gelungen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020